Und den zweiten Teil von deiner Kitchenshow. Du machen mal eine Bohnen dran. Für dich machen wir eine Soße dran. Und ein Spönen. Und dann bekommen wir eine Soße. Und dann können wir alles sicher machen. Ich habe Lühe dran. Wir müssen noch ein bisschen laufen, Kamera auch. Ich mache noch ein bisschen zu. Das war super. Voilà. Ich mache noch ein bisschen mit Pfeffer und Salz. Ich mache noch ein bisschen. Ich mache noch ein bisschen. Ich mache noch ein bisschen. Ich mache noch ein bisschen mit Schiff. Jetzt kommt ein Kasseler in der Form Portugaisen und in der Form Francais. Und warum nicht ein Kasseler belge? Und hier ist es hier. Und hier ist es ein Kasseler. Das ist der drame. Also, ich habe immer das... Das ist der drame, Mama. Das ist der drame. Voilà. Das ist gut. Also, Mama. Parfum. Salz. Dann kann ich noch die... Die größe Salz haben. Achtere bisschen. Pili-pili. Das ist gut. Das ist gut. Das ist der drame, nach 10 Minuten. Kuchen. Generell. Das war der Tag, die wirs machen. Da ist ein Kichenshow. Wann schriftet, Like Ming Pass, auf Facebook, Daniel's Kichenshow, auf Facebook, Instagram, auf Twitter. Guten Appetit. Bis demnächst. Wannetig, An der Daniel's Kichenshow, Vielen Dank.